Haben Sie sich bereits für ein BMW-Modell entschieden und wollen es nach Ihren Wünschen gestalten? BMW Individual ist auf genau das zugeschnitten. Es unterstützt Sie dabei, Ihren BMW einzigartig zu machen. Und so funktioniert es. Bei der Individualisierung Ihres BMW sind Ihnen kaum Grenzen gesetzt. Wir konzentrieren uns auf Lackierungen, Lederausstattungen und Interieurleisten. Es gibt jedoch viele weitere Individualisierungsmöglichkeiten. Sehen wir uns ein Beispiel an, wie Sie Ihren BMW individuell gestalten könnten. Zum 25-jährigen Jubiläum von BMW Individual stellte BMW ein besonderes Meisterwerk vor. Den BMW Individual M67 Li, inspired by Norto Swan, einer der traditionsreichsten Yachtwerften der Welt. Dieser BMW 7er wurde durch BMW Individual mit einer einzigartigen Lackierung versehen. Sie hinterlässt einen hervorstechenden ersten Eindruck. Die Sonderlackierung in edlem BMW Individual Damastrot Metallic zieht alle Blicke auf sich. BMW Individual erwartet Sie mit über 100 exklusiven Lackierungen in feinsten Farbabstufungen. Die Wahl liegt bei Ihnen. Die Pigment- und Farbstrukturen dieser Kollektion sorgen für eine einzigartige, glänzende oder matte Optik. Wählen Sie Ihre Lieblingsfarbe oder entwerfen Sie einen eigenen Farbton. Wenn gewünscht, können Sie das Seignee von BMW Individual oder jeden anderen personalisierten Schriftzug auf der Zierleiste am Heck verwenden. Diese Besonderheit zeigt sich in modernstem Design und ist exklusiver Ausdruck Ihrer Individualität. Bei der Wahl der Räder bietet die BMW Individual Kollektion unzählige Möglichkeiten. Hier wurden sogar die Bremssättel individualisiert. Lackiert in der Wagenfarbe tragen Sie das Firmenlogo. Unverkäuflich. Exklusiv für dieses Modell. Einige Beispiele dafür, was BMW Individual im Interieur ermöglicht. Lassen Sie sich als erstes von Ihren besonderen Einstiegsleisten willkommen heißen. Sie können sie mit einem individuellen Schriftzug und mit Beleuchtung versehen. Hier wurde das Firmenlogo gewählt. Kooperationspartner Nortuswan hat in seiner Werkstatt im Westen Finnlands in Handarbeit eigens Elemente für dieses einzigartige Sondermodell gefertigt. Dazu gehören T-Colts-Applikationen, deren Fugen präzise mit feinem Gummi ausgefüllt wurden. Ähnlich wie das luxuriöse Deck einer Yacht. Ebenfalls unverkäuflich. Exklusiv gefertigt für dieses Modell. Volllederausstattung im Innenraum. In Handarbeit hergestelltes Leder Merino Feinnarbe. Das edelste Leder bei BMW. Wählen Sie eine von mehreren Farben aus. Als edle Abrundung sind personalisierte Bestickungen möglich. Oder wie hier gestickte Logos auf den Kopfstützen. Handgewebte Keder und Kontrastnähte, die zur Wagenfarbe oder zur Lederausstattung in Bicolor passen. Oder einfach nur einen Kontrast darstellen. Suchen Sie sich Ihre Lieblingskombination aus. Mit dem BMW Individual M67LI Inspired by Nortuswan wurde die Volllederausstattung im Interieur um mehrere in Handarbeit gefertigte Umfänge in Leder erweitert. Dazu gehören zum Beispiel die Sitzblenden, die A- und B-Säulenverkleidung, die Türeinstiegsleisten, die Instrumententafel-Seitenverkleidung und das Fahrzeughandbuch in Leder Merino Feinnarbe. Wählen Sie den Dachhimmel passend zum Rest des Fahrzeugs. Wie beispielsweise hier in Alcantara Rauchweiß. Auch bei den Interieurleisten gibt es zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Sie können sich für eine unserer vielen Edelholzleisten entscheiden, für Pianolack schwarz oder eine eigene extravagante Idee verwirklichen. Unsere Designer und unsere exklusive Kundenbetreuung werden Sie dabei unterstützen, Ihre Sonderwünsche perfekt zu realisieren. Von der Wahl des Materials über den Stil der individuellen Bearbeitung bis hin zu Design-Elementen, die exklusiv für Sie entworfen werden. Jedes Element durchläuft mehrere Produktionsschritte in Handarbeit. Und alles mit dem Ziel, eine Kombination perfekter Details in einem BMW zu schaffen, der ganz Ihrer Persönlichkeit entspricht. Vertraue und glaube, es ist das oportunidad von D typenisch interessiert auf denרת